Ja Kinder, das sind jetzt die Funke Silbermeteoriten Kaliber A. 30 Stück sind da drin. NEM von 30 Gramm. Einmal die Rückseite Silbermeteoriten Kaliber A. Knatterartikel der Kategorie F1. Preis und Wurke kauft in der Beschreibung. So liegen die da in ihrer Packung. Und so sehen die im Einzelnen aus. So sehen die im Einzelnen aus. Und so sehen die im Einzelnen aus. Auf Wiedersehen. So sehen die im Einzelnen aus. So sehen die Imzelnen aus.